Wir schätzen, dass in Europa mehr als 50.000 Menschen mit der Kleinwuchsform Achondroplasie leben. Weltweit sogar eine halbe Million. All diese Menschen möchten wir nun erreichen, indem wir passformgerechte und modische Kleidung anbieten. Die Idee, Mode für kleinwüchsige Menschen zu machen, bin ich durch meine kleinwüchsige Cousine Funda gekommen. Von Funda weiß ich, dass es nicht einfach ist, passende Kleidung zu finden. So recherchierte ich, ob es wirklich kein Anbieter gibt, das Bekleidung für kleinwüchsige Menschen herstellt. Fand nichts und entschied mich, dann mache ich es. Wir sind Samma, Jan und Laura. Wir sind auf Augenhöhe und wir machen Mode für kleinwüchsige Menschen. Es ist ein Irrtum zu behaupten, dass kleinwüchsige Menschen in der Kinderabteilung einkaufen gehen können. Sie haben doch eine komplett andere Proportion. Das ist nicht möglich. Und bisher sind kleinwüchsige Menschen beim Kauf von Textilien auf zeitintensive und kostenintensive Änderungen angewiesen. Es hat ja alles ganz klein angefangen. Ich wollte das Thema im Rahmen meiner Bachelorarbeit behandeln. Und plötzlich hieß es, wir sind zur Mercedes-Benz Fashion Week eingeladen. Und all die Anfragen von Journalisten, wir hatten ja nicht mal eine Facebook-Seite, Instagram, Twitter, das alles hatten wir gar nicht. Dann wurde mir klar, mit diesem Thema können wir in der Modewelt und in der Gesellschaft etwas bewegen. Bei der Schnittführung unserer Kollektion sind wir auf die Proportionen kleinwüchsiger Menschen eingegangen. Hierbei haben wir die Armlänge, Ellenbogenlänge, die Knielänge, Beinlänge und den Gesäßumfang beachtet. Und wir arbeiten mit Materialien, die leicht, widerstandsfähig und angenehm zu tragen sind. Die Modeindustrie ignoriert Personen, die von gängigen und Standardmaßen abweichen. Wir führen dieses vernachlässigte Thema aus seinem Nischendasein heraus und begegnen der Modeindustrie und Gesellschaft auf Augenhöhe. Wir sind mega glücklich. Wir haben unsere Kollektion in verschiedenen Konvektionsgrößen entwickelt. Wir haben einen Traum. Wir möchten, dass kleinwüchsige Menschen auch einen Platz in der Modewelt haben. Und wenn ihr auch der Meinung seid, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass man passende Kleidung hat, dann unterstützt uns. Unterstützt uns, der Modeindustrie auf Augenhöhe zu begegnen. Mit dem eingenommenen Geld schaffen wir es, die erste Kollektion unter fernen Bedingungen produzieren zu lassen. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit, Schaufenster und Schneiderpuppen für Mann und Frau zu entwickeln. Auch möchten wir an unserer Schuhforschung weiterarbeiten. Wir möchten Konvektionsgrößen für Schuhe entwickeln und diese auch produzieren. Wir produzieren auch die weltweit erste Strumposung für kleinwüchsige Frauen. So join us and let's make it happen together. Yeah! Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020